So, Rumbling ist hier. Was machen wir denn da? Hm, ich bräuchte... Achso, das ist die Angel wieder, die ich... Ah, da ist zum Angeln sammeln für mich. Sie sagt, sie braucht Plastik, aber lässt das Plastik davon schwimmen. Dafür gibt's doch hier hinten Kollektoren. Außerdem kann ich ja nicht überall sein. Das Flows ist groß. So, jetzt musste ich mal gerade ein wenig Plastik verbrauchen für meinen neuen Haken. Finde ich nicht gut. Damit ich weiter Captain Hook spielen kann. Spring so rein und hol's. Sei mal mutig. Nicht so wie ich. Nee. Nein, ich bin die ganze Zeit am Eisen. Ihr bringt mir ja ständig Neues. Traurig, traurig. Was willst du machen? Das wird so... Meins. No, nicht meins. Hast mir geklaut. Wer steht denn hier bei mir? Jetzt zieh dich! Was für'n Schmuck. Steht hier einfach rum. Mein Haken ist gerade zerbrochen. Ich brauch das Plastik. Geht das? Kann ich dich damit piksen? Kann ich? Nein. So popiken? Bis zumилиk. Okay. Okay. Ich lasse aus. ... Das war's. Wow, ein Auer. Ich bin ins Ankerloch gefallen. Ein Auer? Was ist ein Auer? Na, ein Auer. Wurde gebissen. Ein Ohr am Finger. Nee, nur im Arsch. Ja, im Arsch. Der Hai hat direkt reingebissen. In den Hintern rein. Nicht mal das einzelne Blatt gönnt er mir. Nee. Meins. Meins, meins. Meins, meins. Das wird mal wieder hier reintun. No, das kommt da nicht rein. Das ist so. Das ist so. Hat du Möhren. Hat du Möhren aus Plastik. Ey, blöder. 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 Vielleicht noch so ein Ding bauen, ne? Mach doch. Wir haben bestimmt alles dafür da. Was für ein Ding willst du bauen? Nein, ein Dingeling. Ringeling, der Ding, Ding, Ding. Okay. 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 Ja, wir werden ein zweites Ding erlegen. Kannst du vielleicht erst mal Kupfer machen, bitte? Zu spät, jetzt habe ich zweimal Eisen reingelegt. Da musst du jetzt mit leben. Aber wir könnten da ganz einfach über die Reihenfolge reden. Gib mir Plastik und ich gebe dir Kupfer. Also, dann, wenn ich es eingeschmolzen habe. Haha. Das war schon sehr traurig. Ja, sehr trauriges Geschichte. Hier, Plastik. Ja. Ich wollte zu dir rumkommen, voller Freude. Oh, ein Fass. Ein Fass. Ein Fass. Ich fasse es fast gar nicht. Ist ja nicht zu fassen. Da war nicht ein Stück Plaste drin. Oh, war ich schon wieder. No. Was? Hä? Hier? Sag mal, ich fühlte mich gerade kurz beleidigt. Weil er sagt ein Wal schon wieder und du sagst Mel. Ups. Kann ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, das war so genau. Ich weiß, dass ich fett bin. Aber ich muss nicht die ganze Zeit feucht gehalten werden. Das war schon wieder wellig. Ich bin unangenehm. Ich bin unangenehm. Sicher, dass das nicht nur der Wal ist? Wenn irgendwann mal das Essen zu Ende ist, dann müssen wir Bescheid zeigen, ne? Da, Plaste. Ja. Geil. Jetzt bräuch ich bald neues Holz. Ihr hast Holz. Da guck, hier Holz. Zack, zack. Da. Hier, nochmal Holz. Da hast. No, ich kann es nicht mit. Nee, warte. Dann nehme ich jetzt mit. Oder nimmst du es mit? Jetzt nehme ich es mit. Holz schnaffte. Soll ich kein Plaste mehr? Ja, Platze. Nimm mal es nicht. Du willst platzen? Platze. Ich will nicht platzen. Warum soll ich jetzt platzen? Wie viel Kupfer brauchst du? Wir müssen eine Batterie machen und eine Leiterplatte zum erforschen erst mal. Ach so, ja gut, das kann ich ja auch machen dann. Ja, damit wir halt mal langsam... Da kommt ein Fass bei euch an. Aber ihr werdet es nicht glauben. Für beides brauche ich Plaste. Habt ihr es eingesetzt, ist was? Ja, habe ich. Durch die Dealen. Durch die Dealen. Hatten wir gerade beide dieselbe doofe Idee? Ich glaube, die Dealen. Ja. Die Dealen. Plaste. Nein, da fehlt noch eins. Nein, da fehlt noch eine Begele. Meins. Meins? Wow! Kackwelle! Kackwelle! Tschüss! 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 Nein! Erst spüfe ich die Welle runter und dann werde ich überfahren. Ein Wunder, dass mich der Heil nicht noch gesnackt hat. Ja, das ist schade gewesen. Ja, ne? So richtig schade. Oh, Plaste. Komm zu, Mama. So, Leiterplatte. Ey, ich kann jetzt einen Safter machen. Cool. Was kostet eigentlich so ein Netz, was man bauen kann? Also, ich würde jetzt gerne, also ich würde das gut finden, wenn wir hier wirklich alles einsammeln und nicht nur jeden zweiten. Ja, dann mache ich noch ein paar Netze. Ich vernetze das alles. Brauchst du bestimmt Plastik für, oder? Ja, bestimmt. Aber ich sag's dir gleich. Äh, nee, brauche ich nicht. Haha. Aber Planken. Ja, gut, den haben wir ja Massen. Planken, hier. Da fange ich direkt bei mir zumindest an, auf dem Klavier zu spielen. So, warte. Zack. Okay. Dann müssen wir auch mal wieder ein Bett machen, wa? Ach, wieso? Du bist ja nicht tot. Warte mal, war mal mit Betten nachts zu erschlafen? Nee, ne? Ging nicht, oder? Doch, oder? Ja, wenn alle im Bett liegen, ja. Aber wir können leider nicht alle im selben Bett liegen. Hi. Dann mach ihn weg. Bin ich dabei. Hier muss noch so variiert werden. Schick mal bitte hier mal das Reparier, Fräulein. Nein. Fräulein ist beschäftigt. Wurdest du runtergespült? Nein. Jetzt regnet es auch noch. Was brauchst du jetzt noch wieder? Moment, ich sag's dir gleich. Äh, Seile und Nägel, das könnt ihr mir beides nicht geben, nehme ich an. Muss ich mir machen. Eine Seile könnte ich dir geben. Hier, guck mal, Seile in Rohform. Ja gut, da kann ich mir aber auch Blätter aus der Kiste nehmen. Ja, aber nicht so viele. Ich reparier hier. Ich reparier hier erstmal. Also irgendwo Reparatur fällig, nö. Äh. Seile und Nägel. Ja. So. Dann brauch ich noch wieviel Sammler? Ein. Hoch. Ich kann den Scheiß nicht mitnehmen. Hm. Traurig, traurig, traurig. Das heißt aber auch, dass ich gleich meinen Sammler nicht mitnehmen kann. So, jetzt ist euch Platz für den Sammler. So, seid ihr jetzt zufrieden? Jo. Ja, dann müssen wir jetzt vorne nicht mehr wirklich einsammeln, das ist ja super. Ah, cool, man fällt durch Sammler nicht durch, okay. Genau. Ja. Das war doch klar, oder nicht? So, aber nee, dann brauchen wir jetzt vorne nicht mehr zwingend einsammeln, es sei denn, es geht definitiv da. Ja. Mel? Ja. Sehr schön, Plastik. Offenes Buch. So, ich glaube ich werde jetzt mal wieder eine Angel machen, ich glaube, oder nee, warte mal, wie sieht es mit unserem Essen aus, sieht das gut aus? Ah, das sieht gut aus, aber heute noch keine Angel. Das Essen sieht gut aus. Das ist noch erstmal. Meine Plastik sind schon wieder fast kaputt. Dann beschaffen wir Plastik. Ja. Ich glaube, ich muss die auch einmal erforschen, im Idealfall. Hier, jetzt brauche ich mehr Glibber. So, warte mal, was sollte ich machen? Die Leiterplatte hatte ich jetzt schon. Batterie. Brauche ich auch Schrott rein. Zack. Was heißt Batterie? Nein, das heißt ja auch Materie. Schrott habe ich hier auch vier Stück. Warte mal, haben wir irgendwo? Achso, hier haben wir Schrott normalerweise drin, ja, sehr gut. Ja. Dann werde ich das dazulegen. Alle Sammler leer, da war irgendjemand schneller als ich. Hm, na das wohl wahr, ich habe keinen gesehen. Na gut, hier vorne muss ich ja nicht mal einsammeln. Eigentlich muss man jetzt nur noch an der Seite stehen, ne? Und das nehmen wir es irgendwie weg. Und auch das fast, das kann ich einfach liegen lassen. Das ist, stimme ich mal auch hier an die Seite. Wie sie gar nicht gewartet hat, dass es fast durchgerutscht ist. Nee, ich war ungeduldig. Das wollte unbedingt ich haben. Ich habe Durst. Mimimi. Geht auch was trinken. Oh, nichts zu trinken da. Doch, hier in dem kleinen noch, wo man es abkochen muss. Ist einmal durch. Das ist halt ausgekocht. So, ich lege hier schon mal einmal neue Schwimmflossen rein in die linke Kiste. Jo. Kann sein, dass wir ein bisschen nach links rüber müssen, damit wir wieder in den Müllstrom reinkommen. Weil irgendwie... 40 Mal Strom. Jetzt sind wir ein bisschen weit weg. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Nein. Nein, das habe ich gerade erst neu gesetzt. Geh weg. Gibt es ja wohl nicht. Und dann sind Qualen. Qualen? Qualen. Qualen nach Zahlen. Auf rechts wäre eine kleine Insel gewesen. Jo. Aber deswegen war wahrscheinlich nicht mehr... Keiner gesehen. Deswegen ja auch da wäre eine kleine Insel gewesen. Ja, sie ist bestimmt noch da, aber jetzt... Nee, nee, jetzt ist sie da nicht mehr. Die ist... Hat ihre Existenz verwirkt. Jetzt ist sie weg und du bist hier allein, allein. Jetzt will bitte essen. Entschuldigung, ich war gerade am Essen dran. Die ganze Zeit Material aufsammeln, Boot ausbauen und Barren einschmelzen macht hungrig. Wie er sich da erstmal einfach nur die Kiste angelt und dann nicht anholt. Ein Feuerkorb. Ein Feuerkorb. Ein Feuerkorb. Ein Feuerkorb. Das erscheint mir sehr clever auf einem Holzfloß. Definitiv. Beste Idee, Eva. Beste Idee, Eva. Hehe. Mhm. Meins. Das ist gut. Ja. Oh, es ging vorbei! Es ging vorbei. Bye, bye, bye Unimode. Es sinkt schon wieder das Niveau. Aber das ist besonders schlecht. Dieses Urteil erlaube ich mir nicht. Sonst müsste ich es besser machen. Ist ja immer so die erste Reaktion von Leuten, wenn man sagt, ey, es gefällt einem was nicht. Dann mach ich doch selber besser. Als ob man etwas nur schlecht finden darf, wenn man es selbst nicht, wenn man es selbst besser kann. Die Insel voraus. Insel. Mit zwei Bergen. Ich sehe keine Insel. Wieso könnt ihr die schon sehen? Das ist mein Field of View so kurz. Ah, da hast du die Insel. Ja, jetzt versucht noch unbedingt vor mir das fast zu kriegen. Und es sogar schafft. Ja. Ich wollte es ja gar nicht nehmen. Aber gesehen, dass du es nicht wehst. Ich bin doch nicht so, dass ich dir etwas wegnehmen möchte. Nein. Als ob. Guck mal, ich könnte auch dieses fast hier einsammeln, aber ich tue es nicht. Na, das macht der Sammler hinten. Siehste? Oder ich. Bevor es hinten ankommt. Was macht der danach schon wieder? Bei ihm ist Badetag. Badetag heute. Was war das Welle gerade? Was war Welle? Die Welligkeit ist sehr stark. Es ist sehr wellig, ja. Es ist eine Dauerwelle. Nutze die Welle macht. Ich glaube ja, der Text ging anders, aber ist okay. Das ist egal, was du glaubst. Ich habe das jetzt so gesagt und dann ist das so. Ich bin mir ziemlich sicher, das heißt, nutze die Luke macht. Nein, das glaube ich nicht. Habe ich Platz im Inventar? Ja, geht. Ich gehe Bäume fällen. Ich auch. Jeder kriegt einen? Dann gehst du Bäume fällen. Warum sind hier so weit weg von der Insel die Algen? Ach, da muss ich mir ja einen Köter auswerfen. Wir haben noch zwei Köter. Ja. Na, Gott sei Dank. Tschüss. 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 Das war nicht gut, was ich gemacht habe. So früh gesprungen? Mhm. 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 Könnte sein. Na gut, ich bin trotzdem aufs Insel. Anker setzen. Und den Köter schmeiße ich mal noch da. Zack. Ja los, kleiner Hai. Wo bist du denn? Los, die Mutti will Algen sammeln. Ja, geht doch. Warum ist hier gar keine Ernte an den Algen? Hier ist aber viel Korallenriff mit Algen und so. Okay. Okay, cool. Wenn du jetzt an dem Algen schladstuhlst. Ja, geht doch nicht. Okay, cool. Oh, oh, der Hai ist fertig. Oh, 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 glechtsschutzweh. Doch nicht, haha. Soll ich das den zweiten Köter werfen? Ja, ich versuche ihn zu kühlen. Okay. Ich habe mir die Flossen rausgenommen, also ich bin kampffähig. Er hat sie sich mal eben rausgenommen. Muss er sich so rausnimmt halt. Muss also in der Familie liegen, das mit ihm rausnehmen. Vielleicht, manchmal. Andererseits sind wir ja keine Geschwister oder so. Er lässt einfach die Melonen hier stehen. Ja, soweit war ich noch nicht. Da sollst du doch Gemüse stehen lassen? Nein, als ob. Erstmal nachernten hier. Wird doch nie was stehen lassen. So. So. Äh, ja. 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 Dann würde ich mich kühlen. Danach kannst du auch wieder paddeln gehen. Hast du Plastik? Ja, viel. Wird es haben? Ja. Da, da, da noch ein bisschen Holz. Wie, noch ein bisschen Holz? Noch ein bisschen Holz? Da, Holz? Oh, im Flug gefangen. Wird das noch? Wird es auch das haben? Ja. Ja. Mehr kriegst du nicht. Mehr Platz habe ich auch nicht. Ist das tot? Ja, hier ist tot. Ja, hier ist tot. Puh, ich hab mich nur einmal erwischt. Toll. Ja. Hast du die Algeschnalle abgeerntet, oder hatten die gar nichts dran? Die hier bei uns habe ich zum Großteil abgeerntet schon, ja. Viele hatten gar nichts dran. Bedauerlicherweise. Genau, drei gehabt bei mir. Drei, vier, vier, vier. Ich hab auch vier Algen gefunden, jetzt wird ein Eisen abgebaut. Der hat in letzter Zeit so abgebaut. So viel abgebaut. Oh, ich sollte mal auftauchen. Aufschwimmen? Aufgeschwemmt. So, dann wollen wir hier noch ein bisschen Kupfer ernten. Oh, so Horde. Metall brauchen wir auch, ne? Schrott. Und wisst ihr, was ich brauche? Plastik. Hey, 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 hey. Der ist aber auch nimmersatt, ne? Ich bin halt immer noch ein Barbie-Girl. Live im Plastik, das ist fantastisch. Aber ich bin hier. Ich bin halt, mein Leben. Ich bin halt, wenn du hier in der Okay-Ohreie-Lyde panierst. Ich bin halt, wenn du hier in der Okay-Ohreie-Lyde're Hier unten drin drin. Ich bin dran! da ist noch ein Teil da ist noch ein Teil kurze Auftrag das ist ja schlecht dann hätte ich demnächst wieder angeln müssen glaube ich fast er ist wieder da soll ich den Köter werfen solange er nichts tut ich weiß ja nicht wie die Lage da unten ist wie viel noch an Material da rumschwürt das ihr mitnehmen wollt ein bisschen ist er noch leider schreit einfach wenn ich den Köter werfen soll ja dann sammle Bescheid ob lenke ich ihn ab du kannst ihn erst mal sammeln er leckt ihn ab ich glaube nicht dass es das war was er gesagt hatte klar hat er es gesagt klar klar ich habe mich auf einem Meer rausgeloggt grünes Metall sehr gut grünes Metall ist das Öko ja cool kann das sein dass irgendwie diese Algen nachwachsen wäre zumindest natürlich weil ich habe vorhin eigentlich keine Algen gesehen gehabt und jetzt habe ich schon wieder welche gesehen und kann sie einsammeln da hat er mich einmal erwischt da hat er ihn einmal erwischt da hat er ihn erwischt ja ich brauche neuer Speer neue Speer ja das sind irgendwie natürlich auch kein mehr da zum Fluss schaffe ich es noch für euch guck mal in die linkeste Kiste also von dir aus die rechte ich verbrauche aber erst mal den Holzspeer den mir jetzt gemacht hat ach so okay er ist tot ja verbrauch mal den Holzspeer lass uns erst mal Ruhe wieder Ruhe Dirk hier Futter da rein alles Dirk kann ich für dich sonst schon irgendwas auf Vorrat bauen eventuell brauchst du irgendwas ne Angel neu oder so ich bräuchte neun Haken mein Haken ist weg neun Haken Moment ich hab zwei Haken auf Halde gerade noch hier da ja gut ja gut eine hätte mir gereicht Verteidigung und dann Verteidigung und dann Verteidigung Verteidigung da ist voll no da muss ich ein paar Seile machen oh laste ich hab dann schon mal zwei Haken wieder auf Reserve gemacht oh den Hai könnte ich mal hier ist wirklich ein scheiß Wasser achso ich muss das essen oh mein Gott ja bei Essen haben wir ja noch da ja aber ich muss jetzt essen sonst störe ich sonst störe er du stirbst nicht du legst dich nur schlafen ohne Bett und ab hinein ins dunkel das apropos Bett solange er noch nicht da ist kann ich ja ein bisschen sammeln ich hab auch immer auch den Köter auf Tasche Boah brauchen wir erstmal nicht solange Steffi ihn umbringen kann Steffi 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 ihn umbringen kann Steffi hast du ja gesagt ja nein hab ich nicht dankjawoll ich muss nur Bescheid sagen wenn du siehst so was ich glaub Metall hab ich jetzt soweit hier alles abgebaut brauchen wir jetzt noch irgendwie Ton oder was ich denk Sand, Ton, alles Muscheln Muscheln das einzige was wir nicht brauchen ist ein Stein in der Hakenmasse ich glaube zumindest Masse statt Klasse oh da ist schon wieder eine Alge nach ja ich glaub wirklich die wachsen nach also ich hab vorhin ja 20 Algen ich habe 20 Algen in der Tasche und trotzdem sind die wieder im Algen da ich glaub die haben einen relativ kurzen Nachwachsrhythmus Rhythmus wo man mit muss ja gut das braucht man ja verflossen wenn Plastiker brauchen würde aber Kinders Kinders wir müssen bald weiter mir geht das Holz uns langsam aus warum hast du es dann ausgehen lassen? ja aber es hat so lieb gefragt und es ist doch schon volljährig oh man ich würde ja nicht sagen dass du schuld bist aber ich glaub du bist schuld nein ich bin unschuldig wer will denn unbedingt Metalle haben aber ich glaube wir haben jetzt doch bei dir ist auch Sand ordentlich und ich hab Ton er hat Ton siehst du wo ich bin? äh ne ich guck gerade auf den Boden und sammle hier Sand und Ton ein deswegen äh äh ja dann bist du bei dir in der Nähe bei dir in der Nähe direkt bei dir gewesen dann bist du bei dir in der Nähe ja dann bist du bei dir in der Nähe hast du dich beisammen steiner noch steiner 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 noch steiner mal bald schon wieder eine Kiste bauen, ne? wir räumen so oder so sinnvoll mehr Platz oh hi au Au.